Möbel Ah, mein Gott. So, wir sind schon im Oktober. Die Uhr war es gleich lieber. Christauss Zeit steht für unter dir. Mein Name ist Christaussi ziemlich großgeschrieben. Christauss Fühlfried. Christauss Dekorassier und die ganze Schwimmung. Ich bin ganz froh, du Möder. Aber es ist natürlich auch die UK Zeit für sich, die größte vier zu bringen, die größte zu frieren, wie z.B. die Chinesen. Ich muss neue Kalle hier machen. Das ist ja ungefähr ein Jahr, als ich ein Auto kann, finde ich. Das ist ja auch gewusst, dass ich Internet ohne Handy, ohne Smartphone. Und wenn ich die ersten Nachts habe, dann habe ich das neue Handy, die neue Smartphone, die neue App, die einfach rumflöten, Installeieren, gucken, und so. Wie eng aber sind wir geblieben? Nachdem wir heute noch haben, jetzt ist das letzte YouTube. Und dann bin ich gefragt, ob ich so ein YouTube mache. Und dann stand die YouTube-Scheine. Da füllen alle Fugies. Wie mich wird komischerweise immer erst in den Ballen gezündet die Videos, die Motivationsvideos. Ich hoffe, dass du in der Kalle stehst. Und dann habe ich mich gefragt. Hey, du bist der Geilste. Du kannst ja das riechen. Du wirst ja. Du wirst ja wie den anderen Deutschen. Und wenn man kommt, wenn man kommt. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Und ich finde schon immer super. Und ich fahre kurz, fahre ich so einen Netflix-Marathon dran. Und ich empfahre mich einfach. Hast du eine Frau gefühlt? Und ich fahre mich einfach. Du weißt ja. Ich brauchst es am Gang, heute Fernsehen zu gucken. Und in 3G-Scheinen schauen immer. Und Netflix-Binge-Watching machen. Und so weiter. Ich komm, guck mal vielleicht so ein Motivationsvideo. Das ist schon ein bisschen gepusht. Ich finde es wahrscheinlich. Das ging mal. Machen wir mal kalt oder nichts. War genug gelöst. Und wir sind ja mal direkt auf so ein Fitness-Video gestaust. Und das war so. Als erstes ging ich zu einem Waschbrett-Bauch. Das war so ein Tipp da. Als erstes ging ich. Für mich, da können wir vielleicht packen. Von meinem Waschbrett-Bauch zum Waschbrett-Bauch. Und so. Und wenn ich die Wigge-Wing auf den Kuppe werde ich mich motiviert gesehen. Und dann war ich so gehypt. Das ist noch gesprungen und schon mit Sachen gepackt. Als ich ein Fitness geführt habe. Und dann war noch wie ein Motel. Und ich finde die Massehörer drauf. So schläfst du da. Du musst gar nicht so ein Fitness-Aussuranz machen. Als ich so ein Motiv ist, werde ich nicht nur mit den Sternen vorbeieren. Als ich an den Fitness-Aussur kam. Und dann war ich... Ach. Und du hast immer geschaut. Ich weiss nicht, ob ich neut war. Oder ob ich neut war. Ich weiss nicht, was denn heute ist. Und du hast mir angefangen. Du hast die Motivation für dich versprungen. Ich glaube, was du am Gehen zu lüften. Und das war die Sitz-Aussuranz. An der einen anderen Zahl. Ja. Trauriert für Böse. Sie sind schon gelaufen, gewuttert, gehamtet. Gehamtet werden mit einem guteren gelaufen werden. Gehamtet werden. Gehamtet werden. Weil... Was weiß ich, wenn du eine gute Küche nur? Das finde ich nicht. Und ich will aber noch eine ganz kleine Vergleiche zeigen. Das ist wenn ich 20-jährige in ihrem Fitness geht. Und mir auch ein Idiot. Ja. Wenn du 20-jährige in ihrem Fitness geht. Wenn du den hohen internen Sport-Baut. Wie sagt er heute? Das darfst du es nennen. Dann trinken sie einen halben Routine und schicken. Wenn du fertig bist. Und ich gehe im Dusch. Geht es schön. Für den, dass ich gut gut bin. Dann würde ich sagen, ich bin Fitness. Ich möchte heute ein Workout. Dann würde ich nicht verscheiden. Ich bin normal für eine schöne Routine getragen. So. So. Fitness. Trainiert. Ich habe ein Workout gefahren. Ich habe ganz sehr gewinnt, dass mein Workout, ich bin nicht Workout. Und ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig von mir. Ich bin fertig. Ich bin fertig von mir. Ich bin fertig. Scheiße. Ich bin fertig. Scheiße. Denn der Scheiße Distanz ist. mouths zu darlein. Er ist purse. Ich proteste es dir. Ja. S Aber wir machen alles. Ich lege dann. Wenn ich dann auch, glaube ich, schieb für den Spieche, boah, das ist der Spanbär. Ah, ich glaube, man klingt nicht so eine Mäcknis. Ich finde, es ist ein Problem mit Fastfood. Das ist nicht das so schwer, das ist so. Das sind die Moral-Aposteln, die sich so in den Bildern von den Fastfood wissen. Ah, ich weiß nicht, dass du da bist. Ich weiß nicht, dass du da bist. Ich weiß nicht, dass du da bist. Ich weiß nicht. Das ist in Kirchhofen. Das ist immer nicht gesund. Dann ziehst du die Leute, die nehmen mich, Leute wie hoch ist der Herz von Corona-Impfstoff. Wie ist die denn so? Spritzen, wie ist das mit wo du dran hast? Das ist so eine Scheppe, ganz klar. Big Mac, Cheeky Mugget, Johnson & Johnson, wenn auch immer. Dass wir alles essen. Dass wir alles essen. Dass wir einen Menschen essen. Ja, Palle von Geschichte in Presse. Und wenn man das nicht fassen lässt, dann kommt der Rind von einem kleinen Zirk. Und dann hat mich gebeten, dass ich vier Körstelstundenspiel durchschlusset. Und wir haben uns nicht gegangen. Und dann mit durch den Waldmarsch, die sind aufgerufen. Und du redest nicht, wie die Nähe zu dem Mann, der sieht so. Wie steht denn da bei dir aus einer Schwester? Aber wie sie lange gegangen sind. So wie lange steht keine Scheiße dazu. Und da dachte ich, das ist ein Tegel, ich fette Pop. Und gelacht. Und ich dachte, das ist ein Tegel, ich fette Pop. Und ich wollte die Frage. Das ist ein Tegel, ich fette Pop. Aber wenn ich mich fette, dann würde ich mich gerne, das würde ich mich gerne herrschen. Das ist nur ein Lied. Ja, ich fette Pop. Und jetzt, also, mit dem Tegel kommt der Luft, wie sich der Rest. Ich könnte mich schon nicht sagen, das ist ein Kanton. Aber das muss man von den Gesetzgeber nicht erlaubt, dass wir sagen, was es geht! Aber alle Leute, wenn ihr später nicht, dann gerestet oder erwartet, gar nicht immer zu Hause. Ich war für ein natürlicher Jensei überwahrscheinlich, wenn der Graubendreher so mainz. Nein, ich bin gemütlich. Wie soll ich sagen, der Martinaner hat sich nur entschieden, mich zu verlassen? Und ich will nicht mehr. Das darf ich nicht mehr sagen. Das wird mir mein klemverlief in die Herzweiß geklaut. Ja, das ist das, was ich liebe. Ich nehme mir nicht das. Das wird mir das, was mir an mir schon erwähnt. Das bedeutet doch, Klaut, mein Hund. Das wird mir nicht vermerkt worden. Das wird mir nicht gefrucht, das wird mir nicht vermerkt worden. Aber ich weiß, dass ich das heute Morgen habe. Das muss ich sagen. Ich weiß, dass ich das Projekt für sich geklaut ist. Also, ich muss den Schirm verhören. Wo hat man sich eine ganze Liebe vertreten? Wenn ich in den Hebel am Steil, dann muss ich weiterer Klaut. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die anderen Herren, ich kann nicht was ich sagen, ich hatte aber im Leben schon eine Reutfröntinne mit Kind. Das ist so, ich bin Kind. Als wir schon so sind wir mit einem Strickkruppel wieder durcheinander.